Hallöle! Jetzt ist Pikachu wieder am Dampfen hier. Ja, den müssen wir mal anzünden, damit er endlich mal weiß, was Arbeit ist hier. Nee, ich glaube, so lange müssen wir hier nicht mehr. Wir haben alle Secret Exits in diesem Spiel hier weggebratzelt. Wir haben die Star Roads fertig, alle. Denke ich doch. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt noch großartig was kommen wird. Und! Wir sind falsch. Ja, wir müssen das nämlich am Anfang machen, aber das mache ich jetzt. Was ist hier denn passiert? Ja, da muss ich jetzt nochmal nachgucken hier, ne? Da ist ja noch eine Route, die dann ein bisschen unflexibel ist. So, hier. Moten Marathon. Tada! Ich glaube ja nicht, dass das schwieriger sein wird als die Star Roads, die wir hier angegangen sind. Deswegen wollen wir mal am Anfang des Levels ein Safe Set und gucken, was uns so erwartet. Wenn jetzt allerdings hier wieder so eine Taubsee-Geschichte kommt. Ja, geht ja schon gut los. Ist ja schon wieder ein Glutexo hier, deine Mutter. Ernsthaft. Was ist denn hier nicht richtig? Dreckiges Mistvieh. Ich finde da noch einen. Noch einen. Ganz langsam in Lava versinken. Boah. Mach dir doch noch nicht mal was. Obwohl. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Pikachu, oder? Na, da keine Finger. Hat der die Schweißflossen hier, oder was? Tiu-Tiu. Perfekt. Power-Up loswerden. Brauchen wir hier nicht mal. Schauen wir alles ohne. So, Speedrun jetzt. Moin. Oh na. Ah, das ist auch eine Stelle da, ne? So. Hammer. Eins, zwei, drei, vier, vier und drüben. Ach ja. Zweimal. Wieso ist sein zweiter wieder länger? Klink. Und wieso zählt... Ach so, das war, weil ich... Ah, weil ich dann dieses Gitter angefasst hatte. Zählte das noch zu meinem super geilen Mega-Sprung-Kombo-Gedöns. Glutexo, du bist eine Arschbacke. Das ist ja schlimm. Einer der schlimmsten Gegner hier. Noch schlimmer ist nur die Taubsee-Röhre. Ah, ja. Das mit dem Safe-State am Anfang des Levels ist... Oh, komm, Maddy, jetzt. Jetzt ist aber... Oh, ja. Ja. Das ist... Das ist nicht möglich. Das machen wir nicht. Alter. Überhaupt, so diese Ninjas, die fand ich damals ja auch schon scheiße. Die findet jeder scheiße. Ich bin ja nur am Motzen wieder. Nur, Maddy, die hier findet das blöd, findet dies blöd, jenes blöd, findet alles blöd. Er hier ist auch wieder blöd. Ohne dich ist alles blöd. Geil. Juhu. Oh, Mann. Bis dahin sah es so gut aus. Hier so. Rauf. Klein. Spin-Jump. Ran. Ja, dann... Dass er auch noch springen muss dann dabei, ne? Das ist wie Birdo, das Vieh, nur dann richtig kacke. Ähm. Ich hab so ein bisschen Angst, dass wenn ich da reingehe, dass ich nur am Anfang wieder rauskomme und sonst passiert nichts. Oh, rutschen wir mal die Snack um. Yay, Midway Point. Glaubst du es ja nicht. Never. Jetzt wieder sowas hier. Geil, geil, geil. Joi, 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 joi. Das ist... Das ist nicht gut für meine Nerven hier. Vor allem die beiden. Der Dicke hier wieder. Der ist überhaupt nicht gut. Der ist echt nicht gut. So, ab in den Sumpf hier. Für dich. Ist jetzt hier sehr die Pause. Muss ich da rauf? Das sieht so nach Münzen aus. Und wo Münzen sind, da kann es ja nicht... Ja, nicht schlimm sein. Komm, Pikachu, da ist ein bisschen heiß. Das ist nicht Instant Death. Tut man nicht so... Geil. Auch klasse, wenn einfach mal das Fahrrad weg ist. Und er hier ist geklaut, wa? Das ist auch geil hier. Das habe ich so noch nie gesehen. Das ist klasse. Super coole Idee. Das ist mit Verarschen. Ihr habt ja gemerkt. Ja, ihr habt das wahrscheinlich gemerkt. Ich habe es nämlich auch gemerkt. Und wenn ihr es gemerkt habt, dann müsste ich... Äh, nee, andersrum. Ach, dieses... Ja. Haben wir gerade schon gesehen, da, die Jungs. Shiny Gnurak hier. Was ist hier denn nicht richtig? Nee, oder? Aber kurze Frage. Geht er doch ohne? Ja. Geht. Diese nach oben werfenden Knochen-Erdies, ne? Die... Genau, weißt du, wohin? Hängen geblieben. Ich bin ein Reitschuh. Und ich habe einen komischen Schwanz. Tower of Trials. Das klingt nach Spaß. Ja, genau. Zwei davon, ne? Wunderbar. Donnersteine. Gib mir mal was Schönes hier. Eine Doppelsprungfeder. Wie wäre das? Nein, 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 nein. Sowas gibt es hier nicht. Hä? Uh. Nee. Kann ich schon sagen. Oh. Wie A. Was ist denn A? Ach so, so A. Oh. Nee, nicht A. Nicht O. A. So ein Level wollte ich mal komplett haben. Das habe ich schon immer gesagt. Aber wenn ihr mir mal einen Gefallen tun wollt, ne? Dann macht mir ein Level, das nur mit sowas ist. Ich meine, das kommt ja auch schon nahe daran. Ja, ich habe gerade schon A gedrückt, ne, Kerle? Jetzt aber ein bisschen zu viel. Zerft. Rüber. Sei nicht unglücklich, mein Freund. Wir spielen doch nur Pikachu! Du Mistkröte! Ja. Ich habe übrigens gestern Fassbrause getrunken. Ich habe das Gefühl, dass ich seither nicht mehr sprengen kann. Ich weiß es nicht. Ob das irgendwie einen Zusammenhang hat oder so. Stimmt. Ja, komm, schieß. Runter! Oh, meine Fresse. Ja, der wartet natürlich auch erst auf mich, bis ich mich mal zeige. Und dann macht er hier Programm. Ach ja. Lieblingsgegner. Wieso bin ich denn jetzt gerade wieder... Äh. Äh. So, nochmal neu springen. Wo man einen schon drüber gekriegt hat. Ist auch schon sehr undankbar. Äh. Nicht undenkbar, sondern undankbar. Das ist... Oh, meine Fresse. Drei. Und rüber. Hadda, 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 hadda. Ihr verheert der Hammer. Hammer in the morning. Noch ein Lied, noch ein Lied. So, Trial 1 haben wir geschafft. Jetzt kommt Trial 2. Das wird jetzt nochmal eine Spur härter. Da geht es nämlich nur... Choose your weapon. Puh, vielleicht mal ja beides. Gucken wir mal. Wir gehen jetzt erstmal hier den Laser weg. Ja. Yep. Man verliert alle Power-Ups, aber das ist normal. Das kennt man hier. Hä? Ernsthaft? Ach so. Das geht. Hätte gedacht, das wäre wieder so ein Topsy-Blödsinn hier. Ne, das kann ich nicht verhindern. Muss in die Richtung gucken dabei. Och, das ist aber auch... Oh, Mücken, Sack, Haaresbreiter hier, ne? Dass der Nächste dann da ist. Hallo? 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 Ey! Oh, der Hammers. Der Hammers, der Hammers. Jetzt brauche ich aber noch mehr von den Viechern hier, ne? Komm, Radfratz. Oh, Maddy, du bist so dumm. Du bist so dumm, Maddy! Das ist ja... Das ist ja nicht... Nicht mit Action, ja? Das ist Rätsel, ne? Maddy merkst du... Das ist jetzt nicht mit Arbeit... Ne, 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 da musst du nachdenken. Kannst du nicht, ne? Kannst du nicht. Hast du vergessen... Wie dat geht. So, komm jetzt. Ach! Yes! So, zwei. Zwei reichen, oder? Ja, ja. Zwei reichen. Ja. Das war ein... Schreckliches Geräusch. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oder doch nicht. Egal. So, den loggen wir erstmal weg. Unsinnigste Pokémon aller Zeiten. Nööööö. Okay. Ja, das lief doch super. Ach, so geht das. Ist ja wie bei Adam und Eva hier. Ja. Ich hab sogar noch ne Sardinenbüchse. Da haben die drauf unterschrieben. Hab ich hier im Schrank stehen. Wollt ihr sehen? Och. Nee, nee, nee. Ich hab mir das nicht so nervig vorgestellt. Nee, nee, nee. Schaff ich das? Nee, ich glaube nicht. Da muss ich nur einen von wegschießen. Aber jetzt klappt's. Ja, jetzt kommt er nämlich wieder, ne? Und da ist er wieder klein. Ach so, das hab ich jetzt erledigt und darf jetzt das andere machen. Ah, das ist ja mal ne saftige Neuerung. Die mir auch irgendwie gefällt. Her damit. Was ist hier drin? Oh, das Gleiche. Jawoll. Tada. Das ist eher so geschick hier, ne? Ja. Da kann man aber auch schon mal verreißen. So zum Beispiel. Da hat man dann keine Chance mehr. Hey. Hey. Woo. Äh, warte mal. Wie ist... Wie... Wie soll das denn überhaupt funktionieren hier? Und das Problem ist... Ich muss das ja machen... Ohne... Dass ich meinen Superbooster benutze. So geht das. Da muss ich vorher schon mal B gedrückt halten. Und dann... Kann ich hier sonst Spaß machen. Wuhu. Ja, war einfacher als der Strompapster, ne? Das war... Oh, geil. Jetzt haben wir natürlich hier nur so blöde Power-Ups. Dann dürfen die Pyramide rein. Erstmal schön gegen der Gennendorf. Ach, wer ist das denn? King Turtok. Das Bismarck hier. Bismarck gegen Arschradde. Boah. Der, das macht Block. Das heißt, das macht ihm sch... Jetzt tut ihm weh. Nochmal. Nochmal. Oh Gott. Gott. Oh Gott. Der ist ja intelligent. Der wird immer schlimmer. Warum ist er eigentlich der Böse? Warum ist er der Böse? Was haben... Hallo? Ja, erzähl doch mal hier keinen vom Pferd mit deinen Schigis hier. Oh Gott. Oh Gott. Einer noch. Komm, einer. Das ist... Das ist alles hier... Ulf! Ernie, das ist ein Messer! Ja, lass sie fahren hier. Lass sie fahren. Lass sie so kommen, ey. Mach Sprat, ey. Wieso man das hier ohne Safe-Sales machen? Das ist ja wie Dark-Salesi. Jetzt geht er hier wieder so. Aha. Jetzt so das letzte Aufbäumen der geschlagenen Bestie. Nachdem er ihn flammiert, frikassiert und dann einfach zertrümmert. Nö, da will er nochmal wissen. Ja, das ist aber auch geil hier. Welcome home. Ach, diese Musik wieder, ne? Gruselig. Hallo. Ah, home sweet home. Where'd everyone go? Jupp, wo bist du? This is my trainer's bedroom. Where did he run off to? He'd better not be stuck in the walls again. Where is he? My dearest shoe. This pipe is telling me to find some star tiaras or something. Be back soon. Xoxo, Red, irgendwas. Also Red, der Dings... Ach, du Scheiße. You will only be able to pass through if you have completed the four star trials. You may exit using the pipe above... Ja, eins haben wir. Zwei haben wir auch. Drei haben wir sowieso. Und bei vier haben uns richtig einen abgebrochen. Nee, Quatsch. Bei drei haben uns richtig einen abgebrochen. A fearsome foe waits past this door. Should you defeat it, you will face your... Your final challenge. Ja, das ist aber... Erst morgen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.